Zeit. Gegrüßt zurück zu Stronger Crusader. Wir werden über Fallergerungsgeräte bemassen. Ja, wir sitzen immer noch hier halb in der Falle. Ähm. Ist hochgekurbelt. Wir haben, wir rücken dort ein bisschen fort. Der Wolf ist im Prinzip dicht. Also er hat sich gerade selber sogar noch eingegraben. Kein Geld mehr. Kommt auch nicht mehr an Holz. Gleich brennt die Schenke. Das war's dann endgültig für ihn. Das Problem, das wir eher haben, ist, dass hier wir machen hier doch mal auf. Und wir machen hier dicht. Einfach damit die mit den Wegen da aufhören. Bogenschützenbereit. Ah. Mein Bogen ist euer. Gieß den mal ab. Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch. Wir holen uns ein paar Soldaten dazu. Komm. Ja, das geht hier hin. Vorne die Soldaten fallen alle. Brauchen wir nur noch genug Bogenschützen. und Speerkämpfer. Euer Gnad. Es werden Rekruten benötigt sein. Der Herr ist allgegenwärtig. Nur der Herr geht den Weg. So. Bin zur Stelle. Ja. Wir geben unser Bestes. Ähm, ja. Das Ding ist ein Problem hier vorne. Und die ruhig mal zerstören. So ein bisschen Schutz haben wir jetzt. Bogenschützenbereit. Und zerstört ihr noch das Krabpult. Balliste. Bereit, Milo. Rückt ihr ein bisschen vor. Bin zur Stelle. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämst nicht richtig. Ihr kommt hierher. Ich kenne euch mehr an. Und ihr baut mir hier zwei Feuerballisten. Du zerschießt das hier bitte. Okay. Und ihr räumt hier oben weiter. Bald wir dann genug Mönche und alles haben, können wir dann den Wolf stürmen. Macht hier mal so dicht. Und wie sieht's bei dir aus? Ne, der hat im Prinzip nicht. So, verrücken. Die haben wir zwölf. Zwölf reichen. Verleiten noch nicht aus. Wir brauchen mehr Bogenschützen. Wir kaufen sie uns. Eisen geht uns allerdings bald aus. Somit unbedingt so schlimm. Aber es ist auch nicht gut. Mit dem Wolf haben wir auf jeden Fall noch genug Eisen. Und wenn wir uns nicht blöd dran stellen. Bin zur Stelle. Das sieht gut aus. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Rücken aus. Rücken aus. Ja, der Bambus-Schütze ist jetzt weg. Der arabische Bogenschütze dürfte doch auch, oder? Müsstet ihr doch kriegen. So, ähm. Du schießt jetzt mal hier drauf, wenn's geht. Aha. Müsstet ihr jetzt mal kurz gucken. Das sieht eigentlich ganz hier aus. Ich geh mal hier hoch. Irgendwo ist ein Katapult. Verstört das mal. Ähm. Die werden weniger. Die zwei werden auch noch erledigt. Das dürfte kein Problem sein. Oh. Ihr zieht euch mal zurück. Hörst du glaube ich auf? Ja. Jetzt bei Holt euch den. Und ich will ein paar Menschen. Ihr sollt mir die Schwertkämpfer und so vorne ausschalten. Wieso hab ich keine Arbeiter? Achso, weil ich gerade Menschen ausgebildet hab. Ja. Ähm. Ja, erschließt es einfach. Ähm. Irgendwann sind da keine Soldaten mehr drauf und dann können wir was erledigen. hier kommt hier vorne hin. Erledigt. Gut. Ich will ein paar Baumeister. Ich brauche dort vorne Feuerballisten um die schweren Soldaten abzuschießen. hier hinten leider keine Bäume alle einfach fällen. Ich glaube ich fälle hier hinten einfach alle Bäume. Steckt das mal an. Das ist eigentlich eine gute Idee. Die erschießen bezielt die. So. Ein erträglicher Verlust. Von denen ist weg. So. Der muss auch weg. Und dann können wir sogar schon stürmen. Es brennt. Lechter wird doch dann noch nicht gleich stürmen. Was haben wir dann hier 12? Nee, 12. Mit 12 können wir nicht stürmen. So. Ich kriege die X2 nicht aus. Wie tun ich helfe. Ihr 15 und ihr 4. Und dort hinkrieg wollte ich noch 3. Noch einer ist dort. Das da sieht auch gut aus. etwas Glück brennt jetzt hier alles. Das sollte möglichst hier überspringen. Ja, 8. Und haben wir kein Gold, ja. Und das besorgen ist ich einfach. Das sieht ganz gut gut aus. Ja. Alla, die müssten wir uns mal kümmern. Aber das machen wir sobald wir das hier erledigt haben. Hier kommt her, ich will einen Rambock. Damit kriegen wir das am schnellsten erledigt. Eure Befehle? Konstruieren Belagerungsgeräte. Gut. Hier kommt auch die Rune hin. Bin zur Stelle. Eine Nachricht vom Sultan. Ah, der Himmel war dem heute gut gesonnen. Da kommen so. Die dürften auch nicht ins Feuer laufen. Bis jetzt können wir den Steinbruch halten. Wenn du das sagst, aber ich wüsste nicht, dass du meinen Vater kennst. Jura hat er allein wird die Sachen abreißen, dann kriegt er noch ein paar Soldaten. Daher würde ich sagen, ganz sicher ist es nicht. Ich kann mich nicht abschätzen, wie viel Geld er noch kriegt. Aber im Großen und Ganzen haben wir das gegen den Wolf. Irgendwie ist bei euch einer verschwunden. Und jetzt sind es auf einmal 17. Ja. Wir brauchen Geld. Ich will den Saladin einschießen. Die Mühle wenn es geht. Sturm Bock bereit. Ja, hat ein paar Soldaten nachproduziert. Oh, er bot die Böcke. Aber das würde sich stören. Er hat ein paar Meuchel mehr. Aber das wird ihm jetzt nichts mehr nützen. Was ist wenn ich denn hier ein Trieb aufbaue? Wie weit schießt er? Ich glaube dafür ist gar keine Zeit mehr. Hoch. Hoch. Die schwarzen Mönche sind bei Jan ein Freund. Eine Nachricht vom Kalifen. Sie Geier sammeln sich. Sie kreisen Das ist das erste Mal, dass der jetzt eingreift. Eine Nachricht vom Sultan. Wie traurig schläft. Das Sultan greift mich auch nochmal an. Das ist auch interessant. Ihr seht den Weg. Wobei ihr bleibt glücklich mal hier. Das ist zwar nicht viel was ihr da absichert aber es ist etwas. Vorne brennt alles. Ich hätte so als Lifeguarde zwei Pekineo machen auch wenn ich die ansonsten nicht benutze. Ah vorn. So als kleiner Witz. Wenn wir die schon geschenkt bekommen haben. können theoretisch mehr Rüstung gebrauchen allerdings haben wir gar kein Eisen. Jetzt haben Eif. Okay hier steht da ganz gut erst mal da Ah du bist fertig und auf euch habe ich nicht aufgepasst das ist natürlich toll so kann man den Ochsenjock da zerstören so eine Nachricht der Ratte ihr habt euch mit dem Mächtigen gelegt dann können wir dort unten ja scheinbar wirklich Triebe verbauen und runter reinschieben ähm jetzt mal den Turm eine Nachricht von Richard Löwenherz meine Männer sind ebenso tatendurstig wie ich macht euch bereit die wollen jetzt schießen bereit schießt was ich jetzt schießt man möglichst alle gezielt okay so so wie geht den habt ihr gut dann geht ihr drei jetzt hin und zerschießt das Pult wir könnt ihr auch einfach keiner Pulte drauf stellen und an diesem Bereich hier beschließen dass ich alle meinen dort zusammen nein nicht der Dribock aus werden hier steht dort hinten gut den haben wir auch erledigt schießt mal jetzt den Turm da ne wir sollt es geht die Mühle zerschießen komm die ist wichtig der ist die Mühle und dann den Kornspeicher das heißt ich in Riepel nie haben so eine wunderschöne Reis weil die treffen mit Riepel Dächter mein herr eine nachricht vom schwein ich mache Hackfleisch aus euch hackfleisch hier sollte einmal nur irgendwie weg sind auf den weg bereit sire hier stehen Dödok sind wir da aah gut die Mühle ist weg so kommen mal hier rüber die Waffenkammer ist voll so die Armbrüste könnten wir mal verkaufen ähm hier habt nicht genügend gold wir sind es werden so in der 11 hier hoch eine nachricht von saladin ja das ist doch gut flugbahn ist berechnet wir können speichern das ist das wird ihm eine menge geld kosten deshalb wird er zumindest eine menge geld nicht mehr reinkriegen das ist ja eine seiner haupteinnahme quellen das brot ähm da schießt das ding so da unten brennt alles ich hoffe dass wir hier den turm jetzt mal langsam zerstört bekommen wir brauchen das rechts noch unbedingt einige menschen das reicht noch nicht ganz aber wir haben ja auf den saladin erstmal ausgeschaltet das heißt du dürft dort auch erst mal keine achten doch wir kriegen die doch das hab nichts gesagt nur der herr kennt den weg wir bombardieren weiter und das schwein jetzt mal dann auf die befehle er zieht weiter wir sind bereit bin zur stelle wir haben tatsächlich eine menge büden wenn wir die alle benutzt bekämen mir das gut bin zur stelle flugbahn ist berechnet nächstes wichtiges ziel die mühle und 20 holz gleichzeitig hier produktion keine nahrung kein alkohol und traurige leute eure macht wächst scheint tatsächlich ein bier problem zu haben das sieht nämlich so aus als wir die beschlossen und müsste ich umschalten können ja hier geht auch also die ratte wird glaube ich noch gefährlich ähm ich kann nämlich im prinzip im moment machen was er will und aufrüsten diese will wenn er noch gefährlicher wird wird der richard sein aber der scheint sich im moment sogar zurück zu halten ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord mal ist bereit mal warten wir mal kurz die da ab und die nächste gruppe von bogenschützen schicken wir dort rüber hopp noch ein haus das volk so wir kriegen eine menge geld breiten rücken aus bogenschützen bereit sind auf dem weg und geht hier rüber mein bogen ist da ist ein kornspeicher ne 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 den wollen wir nicht haben aber ich sehe gerade einen moment warten oder bis der kornspeicher fällt hat nicht gerecht ich habe die Armee von Richard gar nicht gesehen okay und damit bedanke ich mich fürs zusehen wünsche noch einen gesegneten tag und wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüss tschüss